Wir sind hier, weil wir die Grünen daran erinnern wollen, dass sie auch dafür gewählt wurden, dass da keine unsinnigen Verkehrsprojekte wie die 100 stattfinden und dass sie nicht stoppen sollen. Welchen Eindruck haben Sie denn? Scheinen die Grünen der Bank gemütlich zu werden? Gehen Sie da eher mit einem schlechten Gefühl jetzt heute vor die Landesdelegiertenkonferenz? Wir sind vor allem hier, um Sie daran zu erinnern, dass Sie Ihre Wahlversprechen halten und sich vor allem nicht von Ramsauer und von der SPD einlullen lassen, dass Sie eben daran bleiben, wofür Sie auch gewählt wurden. Ja, aber welches Gefühl haben Sie denn? Also sind Sie dabei, sich über den Tisch ziehen zu lassen? Ich glaube, die Verhandlungen sind extrem schwierig, aber ich bin noch ganz guter Dinge, dass Sie die Kurve kriegen. Dafür stehen wir hier. Was glauben Sie, welchen Beschluss wird es heute geben? Ich glaube, dass Sie alternative Projekte vorantreiben werden, weil die sind wichtig, um die Mittel umzuwenden, die es da im Bundeshaushalt gibt. Das ist ja vor allem ein Bundesprojekt. Da müssen alternative, endlich mal sinnvolle alternative Verkehrsprojekte entwickelt und durchgebracht werden. Was wäre denn jetzt überhaupt, wenn die Delegiertenkonferenz jetzt gegen die Koalitionsverhandlung stimmen würde? Das wäre ja dann wahrscheinlich erstmal, dass die A100 in jede Falle käme, oder? Ja, das fände ich. Also die Grünen sollen Standort bleiben und in der Verantwortung bleiben und in der Verantwortung dafür sorgen, dass die A100 nicht gebaut wird. Danke. Und da sind hier deutlich sichtbar die Gegner der A100, die sich ebenfalls nochmals in Erinnerung bringen. So ist es. Herr Kohlmann. Soll ich doch helfen noch genug Ein Electworks? Hier ist eine Urlage vor der Probe, am Arsch, wir sind in der Handkampf, wir sind in der Handkampf, dass die gemeinsamer sind, Sie sind in der Kra甥, der Bürz정을の Aufk montrennende peu. Ich habe hier heute kein Ratz-Thema. Brote Apfel-Mähchen fällt man leichter rein. Heißt nicht leicht, denn jeden Apfel, der könnte sauer sein. Denn auch Brote Apfel-Mähchen fällt man leichter rein. Die Ecke sind völlig in Ordnung, hier keines Kauern an die Ecke. Wir stehen auf vor der Schwelle Koalition. Die Koalitionsverhandlungen aufzunehmen und nicht schon einen fertigen Koalitionsvertrag zu bewerten. Es wird natürlich darauf ankommen, was steht in diesem Koalitionsvertrag drin. Das ist die entscheidende Frage, über die die Partei dann auch nochmal entscheiden muss. Aber jetzt geht es erstmal darum, ergreifen wir die Chance, für die wir in den Wahlkampf gezogen sind oder nicht. Und ich bin guter Hoffnung, dass die Partei sagen würde, klar, wir versuchen es. Okay, was steht im Koalitionsvertrag drin? Das ist die entscheidende Frage am Schluss. Ein bisschen Autobahn gibt es nicht. Es gibt nur ein Ja oder ein Nein, keiner wird das Gesicht verwirrt. Nein, ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir versuchen was anderes. Wir versuchen was anderes und wir haben eine realistische Chance. Und das steht ja in dem Kompromiss drin. Wenn dieses andere umgesetzt werden kann, dann wird keine Autobahn gebaut. Wir treten dafür an, dass das andere umgesetzt wird, nämlich Erhaltungsmaßnahmen vor Neubau. Das ist auch das, was die Bundesregierung ausgerufen hat als neue Leitlinie. Wir sagen, Berlin kann hier ein Zeichen setzen für eine moderne Infrastruktur. Und das wollen wir tun. Dafür sind wir eingetreten. Dafür sind wir gewählt worden. Das waren mit 70.000 Menschen. Wir haben einen Zeichen setzen für eine moderne Leitlinie. Und das sind die Themen, die heute eine große Rolle spielen sollten. Bildung ins Zentrum, früge Energiepolitik, Entlastung für die Beschaffung. Rote Apfelmädchen, freier Zugang zur Masterstudio. Weiß nicht leicht in jeden Abend, er könnte so sauer sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.